Hallihallo, Willkommen zurück zu The Forest. Ich begrüße Sie. Es regnet und mir wird kalt. Und mir nicht. Genau, Vogel, komm erst mal. Ja. Okay. Nice, und wir wollten jetzt mehr Holz, Holz, Holz. Aber jetzt mal rechts abbiegen, oder? Manchmal wünschte ich mir echt, das wär irgendwie noch ein bisschen moderner das Spiel, dass man sagt, irgendwie so Sensoren. Automatisch aufgehen, die Tore, auf und zu. Mit irgendwelchen Druckplatten oder sowas, wie Minecraft oder so. Ja, das wär auch cool, ja. Ja, aber es wird einfach The Forest nicht passen, das wird's kaputt machen. Ja, das stimmt. Eigentlich schon, ja. Ich lass mal bei uns einfach mal offen, ne, weil wenn wir eh nicht drin sind. Ich hoffe mal, dass die da nix großartig angreifen. Kannst du mal da deinen Wagen weg, du nicht grad so eine Diomitstange reinhauen? Okay, okay, okay. Also, dass so viele Bäume ist noch gar nicht, die da wegfliegen können. Oh, sieh sie klein. Ah, sieh. Kleine. Mal gucken. Mir macht das irgendwie Spaß, mit Dynamie zu spielen. Nein, wo wollte es hin? Oh, aber da kann man gut auffallen, muss man schon sagen. Nur, Alter, das bin ich schon beim See jetzt. Ja, das ist irgendwie hart, ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen schief gelaufen, ich weiß. Der muss jetzt noch ein Baum umgekippt. Also, man könnte überlegen, ob man jetzt eventuell, weil die Bäume nachwachsen lässt, vielleicht davor... Achtung, Dynamit! Was, wo? Wow! Alter, haben wir jetzt so viel Dynamit, dass du so verschwenderisch bist, aber nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Hä? Ah, sehr gut. Oh, Alter, das war voll ein großer Baum, ey. Es wird schon wieder dunkel, oder? Das muss mich verarschen. Also, ich hatte... also, ich hatte ultra viel Dynamit. Ah, nein, nicht schon wieder! Nein! Nein, nicht jetzt! Warum jetzt? Das ist so nervig. Und es wird wieder dunkel, irgendwie... Wir haben so Pech. Oh, Alter, mehr, du. Das ist nur einer, den machen wir schnell fertig und dann... Warum wird es eigentlich schon wieder dunkel? Ich verstehe das, die werden doch gerade geschlafen, oder? Also, wie hält'n dir aus? Digga! What the fuck? Du kümmerst dich ums Holz, ich bring' die jetzt schnell weg. Ich hab' wieder die Monculatius-Arbeit machen, toll. Aber ich schmeiß' den erstmal neben das Feuer, ne, weil ich Hälfte gleich beim... Ja. Ich hoffe mal, dass die Leiche liegt, die spawnt. Das ist echt scheiße. Die bleiben, glaub' ich, länger liegen. Also, der eine Wagen ist schon voll, kann ich den schon wegbringen? Ne, ich glaub' der ist noch nicht ganz voll. Der ist noch nicht voll? Ne, doch, er ist voll. Ja. Okay, dann bring' ich den schon mal weg. Ja. Ich komm' noch nicht durch. Scheiße. Ah, jetzt. Ich hab' grad geguckt, ob die Aufnahme überhaupt läuft, irgendwie war' ich mir grad' nicht mehr sicher. So. Das wär' natürlich so, das ist ein Reh gewesen. Äh. Ne, kümmere dich jetzt ums Holz. Okay, okay, okay. Ja, ja. In der Nacht reag' ich kein Reh, räumlich im Walther. Da war doch noch irgendein... Oh nein, bitte nicht! Warum sind die jetzt denn hier drin? Oh Mann, das will ich nicht. Oh Mann. Ich kenn' das Wort Privatsphäre nicht. Der ist wieder rausgerannt. Gott sei Dank. Glau... Glaube ich zumindest. Ich tu' einfach so, als hätt' ich ihn nie gesehen. Halt! Da haut irgendjemand! Nein, nicht kaputt machen! Hörst du auf! Oh, du Bitch! Oh Gott! Ja, aber ganz knapp. Das ist wirklich sehr, sehr grenzwertig. Ich hab' keine Ausdauer. Uappala. Oh, ich muss schnell reparieren. Weil das war wirklich krass knapp. Ja, komm halt her. Krä... Komm halt her. Boah, das war echt... Holy money. Mario... Ich leg' gleich einmal da her. So. Liegt der andere noch da? Ja. Sehr schön. Hat jetzt einen Freund gefunden. Ah, das ist cool. Haben wir noch... Äh... Muss ich nochmal hochkommen, oder? Äh... Dann schlafen wir schnell, oder? Komm, bevor unser Rhythmus wieder am Arsch ist. Ja. Sollen wir die noch vorher verbrennen, oder soll mal schnell? Ich schmeiß' das schnell rein, während du die... Oder... Ich weiß es grad nicht. Verschwinden die? Oder kann man die in die Bägen legen? Nee, ich hab schon versucht. Irgendwie... Das klappt gerade so richtig, wie ich's mir's vorstellen. Okay. Wenn man mal das Ding auswählen möchte, verschwindet, geht's wieder weg, irgendwie. Es wird zwar angezeigt, dass man das hier... Theoretisch... Leichen machen kann, aber what the fuck? Fuck. Nicht gut. Warte, ich leg einfach hier rein. Scheiß doch. Ja, komm, machen wir schnell. Ja, aber jetzt nicht schlafen, während wir die rein... Wären wir die reingelegt. Jetzt warten wir schon noch, bis die Knochen da sind. Ich speichere nochmal schnell. Na gut, wenn wir da eh warten, dann... Dann. Ich hoffe, dass das jetzt nichts schief gelaufen. Oh nein. Ich hör doch schon. Die hauen schon wieder gegen unsere Wand. Könntest du mal reparieren helfen? Weil das sind anscheinend sehr viele. Ja, Moment. Also ich bin echt froh, dass es nicht so viele Mutanten dann sind, die da ganz angreifen. Ich weiß, dass das Tor geht aber irgendwie nicht so ganz schnell kaputt, ne? Das hält einiges aus, ja. Ja. Oh man, ich hab... Und Knochen. Oh man, ich hab... Und Knochen. Ja, vielleicht... Ich weiß, ob's geht. Ja, vielleicht... Ich speichere nochmal schnell. Und schlafi. Vielleicht sind sie dann weg. Hättest du alles zerstört, oder? Oh, das wär so heftig. Gott sei Dank. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Ja, Hunger ist bei mir auch ganz schön grenzwertig. Oh, ich hätt erst schlafen sollen, dann essen. Ich hab's vergeigelt. So. Aber es regnet grad so viel, das ist brutalst. Ja. Das ist echt hart. Ist die doch verkokelt, oder was? Das gibt's ja nicht. Nee, ich versteh das auch nicht. Ich hab vorhin auch einmal Leben verloren, oder sowas. Weil der... Weil durch geht auch extrem nach unten. Also nach oben, was er gesagt hat. So, wo waren wir? Rechts. Da hinten, ne? Waren nur noch welche, oder? Ja, da waren noch welche. Ja, da sind die ganzen kleinen Bäume über Nacht wieder gewachsen, ne? Ich hab keinem lassen Dunst. So, jetzt werfen wir auch mal Dynamit. Ach so, das wollte ich auch grad machen. Aber schön mittig, ne? So zwischen den vier Bäumchen da. Ja, 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 ja. Ups. Ja, genau. Perfekt. Dürfte gehen. Aber es nimmt nur drei mit, glaub ich. Ja. Uaaaah! 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 Ja, weil das dann doch zu weit weggerollt ist. Ey, das ist ein Reh. Warte, vielleicht krieg ich den. Unten am Seem ist noch... Hey, wo sind die Blühnenwellen? Ne, das Startup. Ey, das ist so nervig, das schwör ich dir. Das Reh ist grade in... In den Felsen hier reingelaufen und weg war der. Das ist so nervig. Das nervt hart, oder? Da ist der Stein. Ja, das kann... Da ist er wieder. Habs! Jawoll. Nice. Der packt da wirklich in den Felsen, sodass du ihn nicht mehr siehst. Und dann denkst du dir halt, der ist diesmal. Und dann rennt der wieder aus dem Stein raus. Der ist halt in dem Stein drin. Sehr, sehr traurig. Vogel, geh da weg. Ich seh gar nichts mehr, Alter. Wenn du Baumstämme in der Hand hast und dann kommt so ein Vogel auf deine andere Hand. Oh, das sind blaue Beeren. Oh, geil. Blaue Beeren? Und Aloe Vera. Äh, blau. Aber Sonnenhut, das nehme ich gerne mit. Und der Ba... Ich hab grad aus dem Stein hab ich auch grade ein... Ding genommen, ein Baumstamm. Die Gefahr ist aber extrem hoch, dass man sich hier selbst tötet, ne? Mit der, mit der Motorsäge. Weil... Weil... Ja, weil man einfach so schnell Baum fällt und rennst zum nächsten. Fällt den auch. Aber was ist das, wenn der andere Baum dann währenddessen schon auf dich fällt? Voll verkackt, Alter. Hier hacken wieder blaue Beeren. Geduld ist eine Tod. Weißt du, was ich mein? Ja, ja. Warte, hier sind überall blaue Beeren. Voll geil. Nee, 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 nee. Hast du ja schon wieder Hunger? Das lässt sich mal zusammen. Da baum... Baumstämme da rumtragen ist doch... Dann ist doch hungrig. Nee, ganz ehrlich. Immer nur zwei Baumstämme auf der Schulter. Das ist schon lächerlich. Ja, und das ist jetzt irgendwie für gefühlte 63 Stunden am Tag. Ja, so langsam sieht es auch ganz gut aus. Gleich haben wir es geschafft. Wäre ich zufriedenstellend. Ja, das ist schon hart. Das finde ich schon hart. Die Angriffe, die sind schon... ... stark an der Grenze. Ja, hallo. Wir haben ja da schon ein Gefühl die Metropole ausgelischt. Also... ...so schnell können sich die gar nicht vermehren, die Leute. Doch. Kannst du das nicht? Nö. Wo kann man diese Fähigkeit lernen? Ähm... Und... Ja, da kommst du ja immer mal vorbei und ich... Und ich zeig's dir mal, wie das geht, ne? Mhm. Okay, okay. Okay, okay, okay. So, einer ist schon mal in die Falle gelaufen. Ist mal gut. Was nicht gut ist, dass sich der scheiß vorher nicht angegangen ist. Ja. Und... Gern mit dir. Ist mir in die Falle gelaufen? Yes. Also diese Baumstanzfalle, die bringt's jetzt doch irgendwie da. Also direkt beim Tor... Oh. Warte, ich mach wieder zu. Ja, weißt du... Das ist gar nicht mal so blöd, weil die hauen doch immer bei den Toren und bleiben sie ja an der Stelle. Also ich... Würde... Vielleicht... Da sogar vielleicht nochmal eine Baumstammfalle hinbauen. Stimmt. Direkt vor dem... Vor dem Toren überall so Baumstammfällen. Das ist ja geil. Also nicht überall, aber viel verteilt. Immer direkt am Tor. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht selber reinlaufen. Also so bauen, dass wir das vielleicht nicht ausversehen bei Baumstamm rumtragen. Ja, ich meine jetzt nicht... Meine nicht direkt beim Tor, sondern an der Mauer. So weißt du, so am Rand, so halb. Ja, ja. Und wenn sie da hinrennen... Ja, ist eine gute Idee. Ich mach mal schnell auf, okay? Kannst du kurz mitkämpfen? Moment, ich hab schon den Knochen geholt. Ja. So. Warte auf, die Scheiße! Okay. Woah! Shit! Okay, dass da so viele Waren ist, aber ich hab das nicht... Kommen sehen. Nein, die machen alles kaputt! Brenn! Alter, ich mach... Ich mach immer an der Mauer am meisten mehr Schaden als die... Oh ja, perfekt. Lol! Ein Schlag! Komplette Rüstung weg! Ach, komm, fick dich doch einfach! Ah, ich hasse dich! Eine ist schon mal tot! Oh man, ja! Geh der weg! Hey! Komm, 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 komm! Weil der gerade bei uns ein Trinkvorrat ist. Der, der, der... ist ein ganz Mauer ruhig gelötet. Oh, man schießt dich runter, ich schießt dich runter, ne? Bleibst du ruhig stehen! Oh! Oh! Jawoll! Headshot! Natürlich! Ah! Er ist nicht verrückt! Ah, perfekt. Ich schmeiß schon mal wieder zwei rein. Warte, wir müssen nochmal kurz reparieren. So, ich muss hier mal alles reparieren, weil hier ist grad alles kaputt gegangen. Das Ding ist kaputt gegangen. Das Ding ist kaputt gegangen. Das Ding ist kaputt gegangen. Was ist noch kaputt gegangen? Oh, ja, lalalala. Ich speichere mal. Einfach so, weil ich grad da stehe. Ah, ha, gute Idee. Na, ich brauche Knochen. Gimme, 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 gimme. Oh, die Steinmeier ist kaputt. Hä, die hab ich doch grad gerichtet. Hä? Die hab ich doch grad ger... Hä, bin ich bescheuert? Ach, ich hab nur die obere gerichtet. Oh, Mann. Oh, oh, oh. Fatalus. Fatalus. Extremus. Spasticus. So. Fünf, sechs, eins, zwei, drei. Oh, ich verliere immer die ganze Zeit. Diese scheiß Rüstung. Es ist zum... ...und zum... ...kotz... ...enn... ...braust du noch Knochen? Ganz viele Knochen, brauche ich sogar. Ich hätte hier welchem Angebot. Komm, nimm den Knochen, nimm den Knochen, nicht den Schädel, nimm den Knochen. Sehr gut. Dank, gesinnt. Das man da nicht gleich mehrere Knochen einlegen kann. Ja. Echt ätzend hier. Oh, ein Knochen gleich. Danke. So. Dann... ...holen wir die restlichen Baumstämme. Aber eigentlich... Sind wir jetzt durch? Nee, nee, nee. Wie brauchen wir denn noch? Bisschen noch. Achso, 31 steht da noch. Ja gut, aber... ...wir brauchen auch jeweils vier für... ...die Dinger... ...für die Gärten. Genau. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht mehr für... ...für die Dings halt. Weiß schon. Jo, ja. Für die Schränke. Ach, leck mich doch. Ehrlich. Komm her, ich brauch deine Knochen. Was, du lebst noch? Ja, leck mich nur, leck mich nur. Oh, geil. Ich hab'n. Aber... ...es sind schon wieder andere unterwegs. Und... Oh, sind da viele! Oh, sind da viele! Oh, ja. Oh, einer ist rein. Du wirst sterben, du wirst sterben, du wirst sterben, du wirst sterben. Boah, ist das höchst. Oh, einer ist in die Falle gelaufen. Sehr schön. Ja, ich hab'n reingeschubst in die eine Spike-Falle. Gegen einen Kämpfisch gerade? Den kriegen wir vielleicht noch down? Nein, der lebt doch! Ja. Also, einer ist wieder tot. Ich tu' mal die Falle hier aktualisieren. Ja. Ja. Ja, ja, weißt du raus. Bitch. Renn dir. Weißt du, hast du... Achso, du hast die hier hin. Was für'n Scheiß. Hallo. Wie viele sind denn hier noch? Oh nein, oh nein. Du hast uns einiges gebaut. Toll, der greift unsere Scheiße Mauer an, natürlich. Hala, du, du... Oho, 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 oho. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ohaahhhh! Ohaahhh! 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 Achtung, hier sind hier! Oha! Ich mich jetzt mal so interessieren, wie viel Eingeborene ich schon gekillt hab. Das wird mich so interessieren. Ja, so, 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 so. Statistik wär schon cool, irgendwie. Die muss es doch, glaub ich, irgendwo geben, oder? Weil das ist ja so viel, Alter. Ohaahhh! Meine Ausdauer ist gleich weg! Ohaahhh! Alter, Mann, 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 Mann! Ohaahhh! Die meine Russe im Schulter weg! Ohaahhh! Ich hasse es! Hahaha! Ehrlich! Ein Ding hab ich noch übrig, jetzt. Ohaahhh! Zum Kotzen! Aber jetzt haben wir so viel gekillt gerade. Du müsstest doch so viel Rüstung bekommen. Ja, das schon, ja. Aber es ist einfach nervig. Ich möchte einfach ein bisschen ansammeln und wieder ein bisschen Knochen in diese Körbe reintun. Ja, das wär cool, ne? Das ist ein geiles Gefühl, wenn du einfach Unmengen an so ein ganz... Geil wär's gewesen, wenn man so ein ganzes Haus als eigene Rüstung... Weißt du, so... Nur noch Rüstungen. Ohaah, das wär so geil gewesen. Ich fang mal an zu reparieren, weil das ist sehr uferlos hier. Ja. 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 Soooo... 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 Was ist mit dem da hinten? Ohja, das müssen wir auch reparieren. Hä? Hey, warum waren da gerade so viele? Na egal Ja, aber meistens kämpfen wir hier Da hast du schon recht Hier die Fallen her klatschen Ach ja, Gottchen Aber muss man halt auch immer selber schauen Damit man noch nicht selber reinrennt Ja, weil die machen glaube ich schon gut Schaden Diese Baumstammdinger da Habe ich vorhin gemerkt Ja, bei den Schlingen und sowas ist ja, wo man reinläuft Aber diese Baumstamm, das mache ich nicht Ja, das ist prinzipiell egal Aber das andere, das Ist schon hart dann So, jetzt erstmal hier paar Bären So, jetzt bin ich wieder gut ausgerüstet Mit Rüstung Wie viel hast du jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Also, ich muss ehrlich sagen Wenn wir jetzt so viel gekämpft haben Wir haben jetzt echt viel gekämpft Wir haben beide Also wir haben durch die Fallen, finde ich Ist es vereinfacht Ich muss ehrlich sagen Ja Die Fallen, die bringst voll in meinen Augen jetzt Also mittlerweile Bei der Menge Bei der Menge bringen die Also, wir haben schon oft so Oh mein Gott, es sind da viele Oh mein Gott Oh, zwei sind schon tot Weißt du, so Es bringt schon was Ne, so Man kann jetzt mittlerweile nicht sagen Dass die gar nichts mehr bringen Am Anfang eher weniger Weil die Die Angriffe nicht so groß waren Ja Aber jetzt Bei den großen Angriffen In der Menge, wie die kommen Da laufen schon immer welche rein Also Das stimmt Kann ich mich nicht beschweren Und Ja, da muss ich ehrlich sagen Geil Ist schon praktisch Und Dadurch Haben wir auch immer wieder Plus Zwei, drei Äh Wo wir nicht kämpfen mussten Und nichts verloren haben Also Ich habe jetzt meine Rüstung voll Ich habe zehn Und du hast sieben Also Ja Das Ding ist halt nur Wenn die Einmal An Einmal Treffen sie dich Ist die komplette Rüstung weg Die komplette Rüstung Aber volle Sahne Ne So Äh Haben wir irgendwo Wie spät es ist Weil ich das jetzt nochmal Hier über Bäume fällen Und nicht dass es dann wieder dunkel wird Ich hoffe mal einmal nicht Ne Das sollte glaube ich Gehen Liegen da eigentlich noch Baumstämme Oder müssen wir erst noch fällen Äh Ich habe gerade gefällt Okay Passt Das lag dann gleich mal Zwei Baumstämme ab Äh Wie weit geht denn das hier rein Oh Das ist der Zeltbar Das ist der Zeltlatz Bede sagt mir nicht dass es in meine Richtung fällt Äh Glaube doch Hast du deinen Wagen mitgenommen? Ja Ah ja Machen wir nicht zu viel Machen wir erstmal den Wagen voll Nicht dass die hier wieder Ist dein Wagen schon voll? Ich meine der ist schon voll Ja Okay Ich hole trotzdem noch die Baumstämme da Dann nehme ich deinen Baumstämme schon mit Äh Dein Wagen auch nicht Die ist auch schon voll Oh nein Oh wei oh wei oh wei Ich glaube wir haben immer so viele Baumstämme übersehen Die in irgendwann mit despawned sind Oh Gottchen Kommen wir da jetzt überhaupt noch durch? Bei den ganzen Fallen? Mit den Wägen? Ja Äh Achso machst du gleich bei den Gärten weiter oder wie? Ne ich habe schon die zwei Fallen gebaut Ah ja das ist auch eine gute Idee Weil hier brauchen wir gar nicht mehr so viel glaube ich Zwei Regale noch glaube ich Oh krass Also wir haben es versprochen in dieser Folge kriegen wir es hin Und muss ehrlich sagen das kriegen wir doch hin Easy busy Sogar glaube ich mit dieser Ladung hier Ja Sehr geil Ah das ist jetzt schön dass wir es geschafft haben Sieht doch gleich mal ganz geil aus Jetzt müsste man es doch befüllen und dann Fertig So Brauchen wir noch was? Ein Baumstamm Tada Geil Geil So Ähm Ich hau gleich da mal ein bisschen Solo und so rein Klar wie Ja Wart wir können jetzt sagen Medizin können wir bei Und Alkohol Können wir Alkohol ist so viel Teilweise was wir da zusammen kriegen Obwohl ich würde Alkohol sagen auch jetzt in das neue Lagerhaus Obwohl Alkohol würde ich jetzt vielleicht hier lassen für Molotov machen Ja wir können schon Alkohol noch da lassen So ist nicht ne Ich würde dann jetzt einfach das Soda rüber tun Die Medizin können wir rüber tun Und das ganzen Snacks Und hier eigentlich dann Alkohol vor allem bunkern Und ja Den Rest geben Ja Zitzi Ach ja Zitzi 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 Sollen wir noch paar die restlichen Bevor es dunkel wird die restlichen warmstellen wir noch ein bisschen schnell Ja Wo ist der andere Wagen Ach da Der ist leer Komm gehen wir zu zweit Da finden wir mehr Weil das wäre so eine Aufgabe Die könnte man Machen wenn es ein bisschen dunkler ist Ja Äh Ich gehe verkehrt Aber Der Tag ist irgendwie gefühlt Viel zu kurz Also man kommt jetzt sogar an nichts Ja Naja Es geht Hier und da vielleicht mal ein paar Bäume Und dann Und dann noch das ganze Kämpfen und sowas Das raubt viel Zeit Bin ich hier richtig? Oh ne die sind schon wieder da Hä Ich finde gerade keine Baumstämme mehr Oh nein Hä bin ich bescheuert Muss mir noch nicht erzählen Dass wir alles eingesammelt haben Hm Blau gern Also ich finde keine Achso hast du welche gefunden? Ne Nee Es scheint sind hier keine mehr Okay Dann nehme ich den mal Ja dann Ja gut Jetzt brauchen wir nicht anfangen zu verleihen Jetzt brauchen wir nicht anfangen Ich fahre jetzt mal zurück Ich habe unterwegs mal irgendwo welche hingelegt Das weiß ich Die hole ich schnell Und ich Stell ihn einfach daher Und dann Hier habe ich mal zwei Genau Gesehen So Haben wir noch irgendwelche Fallen Die gebaut werden müssen? Ne So Schlafen kann man noch nicht Dann können wir jetzt umschichteln Joa das lasse ich einfach so stehen Machen wir hier das Lagerfeuer Damit wir ein bisschen mehr Licht haben Ja beim nächsten Schlafen Also wie lange dauert es Schlafen Das dauert noch Ah ja gut Ja aber es ist eigentlich schon wieder die Folge vorbei Schon wieder? Ja 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 Jetzt habe ich vergessen Bisschen umräumen noch Und dann Eins Zwei 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 Okay Zwei 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 so du bist dran ich habe noch sieben stück so der regale wurde das nächste so auf der seite mach einfach auf der seite weil hier tue ich mal die snacks rein theoretisch ja ich wollte gerade sagen ich tue mich ja auch ein bisschen schwer gerade ganzen alkohol tatsächlich würde ich hier mal hinklatschen den alkohol wollten wir drüben lassen ach so medizin und snacks und das hier ist voll gefühlt da nimmst du jetzt diese fucking soda dinger hier nimm danke snack 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 medizin 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 da wollte ich's nix genau ich könnte eigentlich auch mal so dann tue ich hier nix muss nur weit weg weg weit weg weit genug weg stehen so hast du noch zwei snacks und die hast du von hier die nehme ich da schnell weg sind keine snacks mehr drüben muss medizin ist bestimmt so dann haben wir zwei haben wir nur zwei regale von snacks anscheinend krass krass da unten sind noch zwei snacks alkohol 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 gleich können wir gleich da ja medizin am eingang wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht zwei medizindinger sind noch drin eins am boden ich habe auch noch medizin hallo schubs mich nicht gut dann haben wir eigentlich jetzt wie weit du das spring ist das ist so unnormal wo ich sollte vielleicht nicht ganz im wiener wohl was ich habe noch ja ich habe noch im ding perfekt weil ich habe 30 heidelbeer strauchsamen da können wir dann viele bären anpflanzen da drüben nein ich bin so doof ich habe doch von regel ich habe es im inventar gelassen das gute rehfleisch 4 4 gute fleisch 4 oh das ist heftig oh man ablegen 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 oh man das ärgert mich jetzt hardcore das gute fleisch ja also die sträucher die ist noch echt verpackt wachsen einfach nicht nach so was kaputt machen neu pflanzen oder ist das haben wir noch mal nach warten einfach mal dann machen wir unseren neuen garten und dann ja dann warten wir ja aber ganz geil weil das ganze fleisch zum fressen ist eigentlich doof so wollen wir noch schlimmer schlafen also ich kann schon schlafen steht schon schlafen relativ lang nach und schlafen ich speichern mal und dann schlafen genau und dann können wir die folge beenden perfekt super danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge bis der ford ciao